Five Leagues Event 22.8 für die 5. Liga ist eine ab- und aufsteigende Ladder 4-Time, bestehend aus Burpees, Jumping Pull-Ups und Power Snatches. Das Workout startet mit 9 Burpees, 9 Jumping Pull-Ups und 9 Power Snatches, gefolgt von 6 Burpees, 6 Jumping Pull-Ups und 6 Power Snatches. Anschließend folgen absteigend jeweils 3 und wieder aufsteigend 6 und 9 Wiederholungen pro Movement. Das Workout hat ein Time Cap von 9 Minuten. Der Score ist deine benötigte Zeit. Schaffst du das Workout nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit, ist der Score deine absolvierten Wiederholungen vor Ablauf des Time Caps.